Grüß Gott, mein Name ist Felix Rommel, Bäckermeister bei der Karl-Heinz-Häusler GmbH in Heilig-Kreuztal und ich möchte Ihnen zeigen, wie leicht man einen Dinkelknauzen machen kann. Für einen guten Dinkelknauzen verwenden wir ein helles Dinkelmehl mit der Type 630, man braucht 20 Gramm Salz, 700 Milliliter an Flüssigkeit und ich habe jetzt 10 Gramm Hefe auf 1 Kilogramm Mehl verwendet. Den Teig, der wird lange in einer Teigknetmaschine geknetet, für so circa 16 bis 18 Minuten. Dabei ist es wichtig, dass Sie nicht alles Wasser auch von Anfang an dazugeben. Behalten Sie so circa 100 Milliliter Wasser zurück, kneten Sie den Teig erstmal fest an, bis der richtig schön aufgebaut hat, bis der richtig schön klar die Oberfläche bekommen hat und dann geben Sie die restliche Flüssigkeit nach und nach dazu. Wir haben jetzt heute 10 Gramm Hefe verwendet, weil wir diesen Teig über Nacht im Kühlschrank gehen lassen haben. Nach dem Kneten habe ich den Teig gut abgedeckt, in den Kühlschrank reingestellt und über Nacht gehen lassen. Dadurch baut er viel Aroma und Geschmack auf und er geht aber bei dieser kalten Temperatur genauso, er geht einfach langsamer. Traditionell werden die Knauzen mit dem sogenannten Knauzenzieher eingeschossen. Da dabei hilft mir, wird mir der Herr Müller heute helfen. Wir gehen her, wir tauchen jetzt den Knauzenschießer mal ins Wasser rein, damit der Teig uns dann auch nicht drin kleben bleibt. Und dann wird der Teig mit nassen Händen aufgearbeitet. Wir ziehen eine Portion Teig aus der Schüssel raus, zwicken die mit der anderen Hand kräftig ab, schlagen die Portion Teig nach unten ein, damit wir oben eine glatte Oberfläche bekommen, dass Spannung entsteht. Der Schlus unten wird kräftig abgezwickt, damit der schön geschlossen ist. Und dann wird das Ganze in unseren Knauzenschießer gegeben und in den Ofen eingeschossen. Wir geben jetzt auf diesen Knauzen Streumair drauf. Streumair ist nichts anderes als gemahlene Weizengleie. Das verhindert uns, damit der Knauzenwecken nachher im Ofen kleben bleibt und gibt gleichzeitig noch einen schönen, nussigen Geschmack hin. So, unser Ofen ist jetzt voll. Die Knauzenwecken, die müssen jetzt für so ca. 20 bis 25 Minuten bei 270 Grad Oberhitze und 190 Grad Unterhitze backen und danach haben wir richtig leckere, knusprige Knauzen. So, unsere Knauzenwecke sind jetzt fertig. Wenn man die Knauzen aus dem Ofen rausholt, dann sehen wir immer, die sind jetzt hier noch relativ matt. Und um die richtig schönen Glänzen zu bekommen, geht man her. Ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen Wasser, sprühe das hier auf, meine Knauzenwecken drauf. Dadurch bekommen die jetzt einen richtig schönen Glanz und eine gute Kruste. Wenn wir hier unseren Knauzenwecken, wenn wir den anschauen, dann sehen wir, ist dann das richtig schön aufgerissen, hat hier an der Seite so ein Knauzen rausgeschoben. Das, was diesem auch den Namen gibt. Die sind jetzt richtig lecker, saftig und vor allem auch lange frisch, weil wir eben so eine hohe Wassermenge im Teig mit drin haben. Denn Wasser ist das beste Frischhaltemittel, was es gibt. Das war unser Video über die Knauzenwecke. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sagt Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.